Und zwar geht's jetzt rein in, ja, eins meiner eigenen Videos, äh, und zwar im Grunde ist das Pokémon. Ist auch schon, wie gesagt, über zwei Jahre her, dass ich den Shit gedubbt hab. Vielleicht gibt's ja wieder mal die ein oder andere, äh, boop, die ein oder andere Background-Info. Let's go. Willkommen in der wundervollen Welt von Pokémon, in den neuen Spielen Pokémon Ketchup und Senf. Ich bin Professor Baum und ich kann nicht erkennen, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Yay, du bist endlich 10... Ist halt echt so, ne? Der Professor ist wirklich zu dumm, um das zu erkennen. Der muss uns immer fragen, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Naja, war, glaub ich, dieses Jahr, äh, in den neuen Games nicht so, von daher alles gut. Das bedeutet, dass du auf eine landesweite Reise gehst, auf der du gegen Gang-Mitglieder und Monster kämpfst. Ah, und vergiss dich da als Zweig mit Aug-Äpfeln. Er wird dir helfen. Er wird dir helfen. Auf deiner langen Reise wirst du gegen Mitglieder von Team Pants kämpfen müssen. Doch zuerst zeigen wir dir, wie man Pokémon fängt. Nein, dieses Tutorial kannst du nicht überspringen. Und wenn du... Das ist doch wirklich das Schlimmste, oder? Ah, sie haben so recht. Sie haben so recht. Warum können wir das nicht überspringen? Selbst heute nicht. Selbst heute nicht. Oh Mann, oder irgendwie so ein Master-Mode einstellen. Das wär's doch. Wenn du alle Pokémon gefangen hast und sie in diesen Poké-Dings eingetragen hast, kriegst du ein digitales Zertifikat. Wow, schau dir das an. Das ist wirklich eine beschissene Belohnung, oder? Ja. Hol dir alle Arena-Orden. Es gibt für jeden Typ meine Arena. Außer für Unlicht. Ich werde meine Chance in der Galar-Region bekommen. Da müsst ihr wissen, das gibt's gar nicht in dem Original. Das gibt's gar nicht im Original. Das Video ist älter als Pokémon Schwert und Schild. Und damals hieß es im Video halt, ne, ähm, ja, es gibt für alles eine Arena, außer für Unlicht. Und dann wurde einfach das eingeblendet mit einer traurigen Musik. Und, ja, da zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video, wo ich das Video quasi gedubbt habe, gab's halt schon eine Unlicht-Arena. Ja, dementsprechend hätte ich dann tausendmal den Kommentar bekommen, dass, äh, dass es doch eine Unlicht-Arena gibt. Deswegen hab ich da dann noch dieses, ich werde meine Chance in der Galar-Region bekommen, quasi, äh, noch hinzugefügt. Improvisorisch. Das ist kein Wort, glaub ich, aber egal. Äh, ja. Damit ich da keine dummen Kommentare bekomme. Wieder mal so ein unnützes Background-Wissen am Start hier. Das klingt dir ein wenig zu kompliziert? Dann schäte dich doch mit dem EP-Teiler durchs Spiel. Ich kann's verstehen. Pokémon ist ziemlich hart. Die Strategien sind äußerst komplex. Es gibt die Wechselwirkungen und... Das war's auch schon. Der Professor hilft dir gerne, um dir zu sagen, was effektiv gegen was ist. Pflanzen absorbieren Wasser. Und wenn du einen Vogel mit einem Stein abwirfst, ist er sowas von tot. Du hast Angst vor der Dunkelheit? Schlag sie! Shoutout für das beste Pok... Wer schlägt ein Pok... Äh, ein Pokémon. Das auch. Wie kann man denn die Dunkelheit schlagen? Geil, Alter. Ich wusste damals... Ey, als ich das aufgenommen habe, musste ich mich echt zusammenreißen. Hätte ich die Outtakes mal aufbewahrt. Glaubt mir, Leute. Es gab so viele Outtakes bei diesem generell. Ich muss... Dieses aufgedrehte, dieses... Äh... Willkommen in der wundervollen Welt von Pokémon! Diese aufgedrehte Stimme. Junge, ich... So viele Outtakes hatte ich, glaube ich, kaum. In irgendeinem anderen Video. Das ist Wahnsinn. Come on! Baldofisch! Ein Klassiker seit 2001. Erdecke diese große, weite Welt. Denn es gibt so viel zu erkunden. Oh nein, da ist ein kleiner Busch. Geil! Das habe ich voll vergessen, Alter. Diese scheiß Autotune. Das muss ich mir nochmal geben, Alter. Ist halt wirklich so... Die Bücher sind so hüfthoch, Alter. Okay, warte. Einen Moment. Oh nein, da ist ein kleiner Busch. Das klingt gar nicht mal so scheiße. Das hätte ein ganzer Song werden können. Oh, Junge, wie ich da einfach so damn Autotune draufgeklatscht hab, weil's im Original auch so war. Oh nein, da ist ein kleiner Busch. Geil! Das habe ich jetzt gecatcht, weil ich das voll vergessen hab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, herrlich. Du hast nicht die richtige Attacke, um ihn zu beseitigen? Dann musst du wohl zur letzten Stadt und dein Teammitglied wechseln. Doch irgendwann im Spielgeschehen wirst du eine Pause von diesen brutalen Tierkämpfen haben. Dann ist es Zeit für Freundschaft. Äh, es sieht so aus, als hättest du das falsche Wesen. Aber keine Sorge, du wirst mein Pensionssklave für ein besseres. Du weißt immer, wer der Bösewicht im Spiel ist. Denn er wird ungefähr so klingen. Ha, ich will die Welt verbessern. Äh, irgendjemand hat Ketchup auf meine Hose gekleckert. Jetzt muss ich wohl oder übel. Die legendären Pokémon dieser Generation. Benutzen, um zu zerstören, was ihr lebt. Los, mein Riesenhosen, Virokex. Das findest du immer noch zu langweilig? Hab keine Sorge, Pokémon hat jetzt Hintergrund-Stories. Es gab einmal einen knapp drei Meter großen König von vor 3000 Jahren, der eine Kriegsmaschine benutzte. Da ist ja wieder der Typ. Der gute Az. Az. Für die Insider unter euch. Wo ist denn sein Floor Delis? Ich sterbe hier gleich. So ein fucking Floor Delis. Oh Gott, ihr kleinen Schlingel. Ja, ja, macht ihr mal. Um das Universum zu zerstören. Dadurch entstanden Paralleluniversen und der Meteorit kam um uns. Äh, ich will nur einen Bisasam fangen, Alter. Er will nur einen Bisasam fangen, hat gar keinen Bock auf diese komplizierte Story. Oder für das beste Pokémon, Voluminas. Ein Klassiker seit 1999. Ja, moin. Und hast du keine Lust auf Spaß, kannst du neun Stunden damit verbringen, das Pokémon zu finden mit den richtigen Eevees und Eevees und Eevees. Auf Deutsch nennen wir es Eevee. Und wenn du immer noch nicht genug davon hast, deine Zeit zu verschwenden, dann geh doch an Bord der Kampfseilbahn, um epische Diagonalkipfer auszufechten. Es tut mir leid, ich muss nochmal zurück. Diese Betonung von Kampfseilbahn fand ich gerade zu geil. Ich hasse es, mich selber zu loben, aber ich muss sagen, bei dem Video cringe ich überhaupt nicht mehr ab. Weil da war ich irgendwie schon gefühlt auf so einem ziemlich guten Weg des Fan-Dubbings, muss ich sagen. Also es gefällt mir richtig gut. Ich habe bis jetzt auch noch nichts gemerkt, wo ich sagen würde, dass ich es heute großartig besser könnte. Krass. Und das ist über zwei Jahre alt. Ehe, hört mal auf. Kampfseilbahn! Benden dann, geh doch an Bord der Kampfseilbahn, um epische Diagonalkipfer auszufechten. Doch wenn du gewinnst, vergiss auf keinen Fall deine Belohnungen. Hurra! Ein Angriff Plus! Wer kennt sie nicht? Hol dir außerdem in ein paar Monaten die leicht verbesserte Version Pokémon Meerrettich mit 500 legendärem Wander-Pokémon. Du wirst auf jeden Fall auf deine Kosten kommen, denn es gibt alle Pokémon. Shoutout für das beste Pokémon! Mama, Mo, Mam, Leder. Das erinnert mich an Pa, Mo, Mam, Mi, Ma, Mo, Mi, Ma, Mo, Mi, Ma, Mo oder so. Ich weiß nie, wem man es ausspricht. Ein Klassiker seit 1963. Sicher! Es ist so dumm. Es ist wirklich einfach nur dumm. Gott, ist das dämlich. Geh doch an Bord der Kampfseilbahn! Okay, okay, Leute. Ich lache gerade immer mein eigenes Video komplett ab, Alter. Das ist voll peinlich. Egal. Leute, geht zu dem Video, wenn ihr es noch nicht kanntet und liked es einfach und schaut es. Machtet ihr das Video? Patrat! Schön, wieso drückt ihr... Ich bin ein Patrat! Red nicht dazwischen! Wie ich schon sagte, wenn euch das Video gefallen hat, dann... Patrat sagt, drückt auf Abonnieren! Sorry. Wenn ihr... Yeah, Patrat! Okay, es reicht. Macht die Art Moderation selbst. Ich bin weg! Yeah, schaut das nächste Video!